Herzlich Willkommen zurück, wieder bei einer neuen Folge AVA, wie ihr seht, der Kevin ist dabei, wir sind aber wieder ein bisschen vom Urlaub zurück, melden uns mal wieder mit einer Folge AVA und so, und joa, wir spielen Battle Gear Begins Extreme, aber auf leicht, ja, ist so ein kleiner Glitch, aber mehr seht ihr gleich. Kevin, du kannst genau jetzt reinkommen und dreck auf Start, äh, das leckt, so, ja, leckt, 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 was ist das, ich kenne das gar nicht, ja, das ist das, wo man gegen die Roboter rammt, ja, wir machen leicht, Extreme Mode, ist schon knapp, so, ohne Witz, aber ich habe eine neue Maus, eine Gaming Maus, mit Gewichten, mit Gewichten, uh, machte Training hier, ohne Witz, ha, 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 oh, Bis zum Moment, leiser machen, wo war es das laut, mit Komma, mit Komma und Punkt kannst übrigens auch die, ähm, also, hier die Lautstärke anpassen, um, ähm, ähm, und mit, äh, wie heißt es, ähm, Fragezeichen, und, ähm, denkst, kann's nur, Mausen finden, ich geil. so was gibt es ja ich habe definitiv den ton zu laut muss ich mal kurz hier auf leiser machen entschuldige mich noch mal dafür aber ich werde nicht getötet ich habe die falsche waffe sehe ich gerade kacke vor so lange nicht mehr gespielt ohne witz schon oldschool denkst du wie lange das herr ist doch was hast du in die roboter 30 schuss verarschen die aufgehoben verdammte scheiße wass 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 ich hab's mal mit sniper versucht ohne witz davor schwer bestimmt dauert nur länger oder eine runde nur gemacht dass ich keinen bock als zu lange dort leck leck können wir nachladen nein ich hab noch ein paar schüsse oh gott bist tot nein okay ich auch nicht nur vier schüsse boah was steckt habe ich so eine pussie so alles tot 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 das für muni entschuldigung jetzt kommt der boss der erste nein hätte die auch schon hätte jetzt noch eins aber der macht sich unsicht bei der momo oder gar nix nein der kann ich nicht es ist lassen ich habe vor die fresse geht auf dich auf mich Churchill ja wie läuft das wird dafür folgen ich denke mal es werden da werden auch so halb im urlaub sind ich versuche jede woche zwei bis drei afa folgen hoch zu bringen ja das heißt ich werde mich auch wieder alleine haben ohne kevin er pupst immer und so ein spaß und ja so wie wir verwenden afa folgen kommen weiterhin und mein kopf wird auch bald wieder starten 20 geht dann weiter und hier sofern ich zeit habe ich nur noch bin wir haben zwei wochen urlaub ja ihr habt alle gehört erst noch mal zwei auch in urlaub und so naja so läuft das hallo und einen herzlichen dank an 50 abonnenten ihr seid die besten ohne witz das stimmt 51 auf jeden fall immer hammer geil und so aber fett immer schon weitermachen naja das wird im schritt ok das gesehen headshot war wie ich verziehe was gesehen nur headshots einem prurium und ich schieße nicht zufe zu den nach komm na komm die können ja springen hallo hallo kann ich jetzt nicht drücken oder so drücken ja auf 10 das ist doch ein ball der fußballspiel passiert nein hab dich beschützt auch nicht mehr gezockt ja mein level hat sich auch gestiegen ich bin drei level innerhalb jetzt letztes mal gestiegen seit der letzten aufnahme nebenbei noch ein bisschen gezockt ohne aufnahme zu ja aber ich wollte aber gesagt ich will um die sniper haben und die habe ich endlich bei dem spiel hier in dem level kann man nicht besitzen als wären wir nach katsuko sehen echt katsuko und so ach du da kommt noch so ein grüner ball kann auch nix echt wie ist eine mausempfindlichkeit muss ich glaube ich wieder hoch stellen da guckt man das nach ähm fragezeichen oder oder das daneben komm mal ach okay ist auf 33 ist okay hast du schon gestellt ich habe 27 26 26 geändert geändert das gehört das besser aber genau genau damit und so oder mit noch einer rum der denn ich habe vier schuss für den gebraucht ich bin inkompetent scheiße du lockst den das heißt du läufst vor dem und ich baller ihn von hinten ab und so ok 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 barbatos da gibt es noch eine waffe die als barbatos lol you know jetzt macht der den put gg lalalalalalala geil was ist denn geil diese runde jetzt ja schon fast durch ja so fast das ist leicht obwohl es extrem steht nein angekehrt es steht extrem ist aber leicht als der glitsch damit kann man gut geld machen ab und zu kipp auch mal 20.000 mal 10.000 oder so aber kann auch waffen permanent kriegen ja gut ja und das habe ich halt letztes fünfmal gespielt nichts bekommen habe mich so ausgelassen bin ich aufgegangen weg wieder spielt ein kumpel da ist eine runde öl direkt 20.000 waffe permanent ja lola dich und ja ein lol an dich lalalalala und wir keine muni keine muni ich auch nicht macht spaß ich mache den pümmel hinter mir nach magazine austauschen die bingel nach 1 er messer machen erster stirbt das gewonnen trefft ihn nicht mehr auf weiß drauf ja ich brauche munition und so aber fett ha 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 und die waren deine jetzt bei den urlaub bis jetzt so ist meine war sehr schön cool gemacht das kommt von 24 der dritte boss auch nicht so viel und so was geil bolle mit katzen das muss man mal spielen aber laminat boden jahr simon mit simon pizza gebacken und so was selbstgemacht tempest so sieht auch aus getroffen wie du bist tot ich würde schon sagen dem poppitz mob jetzt stehen den macht nichts aber auch nicht geht es logisch was er denn mein kill mein kill jetzt kommt es noch eine runde da geht jetzt alle türen jetzt gehen ja mit gehen alles hin auf und kommt zwei bosse nicht drei nein zwei einmal der roten einmal der tempel wir machen zuerst den roten weil er weniger live hat das heißt du lockst ihn an und ich machte vollenden arsch es geht doch nicht schwer wieder klar ja vom weiten ich bin scheiße und ich jedoch nicht ich habe damit gemacht so jetzt müssen zu dir ja ich muss noch auf kopf treffen dann ziehst du am meisten habe ich getestet nachladen robot viele wieder mal darum echt ich bin fast tot das ist das problem was anderes was wird nicht sterben muss ich immer retten es geht auf mich das scheiße ja trifft mich auch wieder wie viel fps habe ich überhaupt 19 und sonst weil dann ihre betereien da kommt kommt schon ein sprach leben 230 kills gg ich kann nicht schießen ich habe schon wieder den bug gescheißen dann wird es gleich sehen ich muss mich einmal sterben kennen lassen jetzt ja das ist ein bug keine ahnung warum ok bin ich hier runter ich auch nicht was ein besser plasma ich heiße der aussieht guck mal jenen riesen skorpion da sie sagt alles wird schreit ritz nachladen mit 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 0 jetzt mit 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 sommer mit glaner sie siehst du ich bin gut einmal nicht mitte dann kommt mitte jetzt gehen die tor runter nachladen ich gehe auf die andere seite in die ecke in die ecke da ab in die ecke dir du stück die ecke das komme ich ein ähm momenten dinger nötig schießdinger da ach siehst du die kommunikation roboter genau leuchte getroffen kommt zu mir weil wir mich trotzdem trifft ich habe auch getroffen so ein bisschen ja du bist unterhalb ja sehr gerne runde ohne witz hoffentlich kriege ich auch was gutes ja was gutes ich hoffe es ganz ehrlich mit 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 hahaha aber jetzt gehen wir die tore runter mir aus na ist so ich wüsste sich haha wie die backen wo die springen können je seid ihr scheiße bleib ich an jetzt werde ist noch auf dich gefühl oh nicht die kugeln auf dem boden schießen nein 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 ahиной a wo mitte scheiße was das gerade total schwer weißt du das du musst dich wer weiß nicht ein treffer nicht betont aber wenn das ich treffe ich will nicht sterben bin ich inkompetenz noch mal bitte ja nein ja aber lange ich so leute das war der boss guck mal wie aussieht da kann er schießen schießen das war ja 65 zu 0 199 zu 0 ja das war mal wieder sehr nice so muss das aber wieder spaß gemacht ohne witz gerungenschaft und wir haben gewonnen doch 2500 geld und hier hat sich das nächste mal tschüss